Ich bin Leonie Kurzbach und ich habe ein Problem. Ich bin zu klein und ich komme nirgendwo ran. Damals als Kind, da war echt alles noch okay. Ich bin ganz normal gewachsen, ich war immer sogar so ein paar Zentimeter größer als alle anderen. Aber als ich sechs oder sieben war, hat das plötzlich aufgehört und alle sind größer geworden als ich. Die Freundinnen von Leonie entdeckten schnell Sportarten wie Basketball oder Hochsprung für sich. Leonie selbst wurde dadurch unbeabsichtigt ausgeschlossen. Durch ihre geringe Größe und das junge Aussehen kam sie auch nie in Clubs oder an Alkohol. Es ist auch immer total doof, ich habe heute noch Probleme damit, wenn ich Alkohol kaufen möchte oder vielleicht sogar nur einen Energydrink. Den kriegt man ab 14 und ich werde trotzdem nach meinem Ausweis gefragt. Es ist auch total traurig, weil ich kann keinen Freund kriegen. Also die ganzen Jungs denken immer, ich bin noch ein Kind und dann werde ich immer übersehen. Ihren Job im Zoo erhielt sie durch einen Verwaltungsfehler. Dort war sie anfangs zuständig für die Reinigung der Giraffenhälse. Nachts schlich sie sich in den Zoo, um die schlafenden Tiere zu säubern. Als der Zoodirektor dies bemerkte, wurde sie den Erdmännchen zugeteilt. Leider hasst Leonie Erdmännchen. Ich habe mich auch irgendwie immer total schlecht ernährt, weil ich bin ja nur ganz unten rangekommen im Supermarkt. Und die Sachen, die da stehen, die sind irgendwie super nährstoffarm und vielleicht bin ich deswegen nicht gewachsen. Aber jetzt seit ein paar Jahren bestelle ich online, aber keine Ahnung, irgendwie hat sich trotzdem nichts getan. Und ich bin nicht gewachsen. Ohne Freunde und Anerkennung im Berufsleben fühlt sich Leonie nur noch hilflos, einsam und zu klein für diese Welt. In der Größe eine zu große Rolle zu spielen scheint. Können wir ihr helfen? So, wir haben uns überlegt, wie wir dir helfen können. Und zwar mit der Leiter besorgt, dann kannst du auf die Leiter steigen und dann den Giraffen die Hälse sauber machen. Das geht nicht. Ich habe voll die Höhenangst. Das funktioniert nicht. Tja, schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Da drüben geht es zu meinem Kanal und da oben gibt es noch mehr Leute, denen nicht geholfen werden konnte. Ich hätte jetzt wahrscheinlich für den Rest meines Lebens klein bleiben müssen. Immer wieder trauen sich Menschen, über ihre Krankheiten zu sprechen. Traust du dich auch? Schreib uns. Schade.